Wer auf Romance-Anime mit einer Prise Kitsch steht und dazu noch viel Comedy-Einlagen abkann, der wird sicherlich schon das ein oder andere Mal die Anime-Serie Tora Dora geschaut haben. Genau um diese Serie handelt unser heutiges Video, denn wir behandeln die Frage, wann kommt endlich eine zweite Staffel von Tora Dora? Seit 2009 wartet eine riesige Fangemeinde auf eine Fortsetzung der beliebten Rom-Com, welche hierzulande von Anime & Publishing mit deutscher Synchronisation herausgebracht wurde. Bereitwillig wird jedes Gerücht aufgesogen und meist voller Hoffnung und eine Menge Naivität für bare Münze genommen. Möchten die Fans doch nur eins, das Leben der süßen Sundre Tiger und des optisch angsteinflößenden, aber herzensguten Ryuji weiter verfolgen. Ein Grund für die Beliebtheit der Serie könnte darin liegen, dass diese auf typisch abgedrehte, wie liebevolle und clevererweise die Themen Freundschaft, Liebe und Partnerschaft im Jugendalter thematisiert. Das zum einen besagte Ryuji, welcher sich in seine Klassenkameradin Minori verliebt hat. Deren wilde Freundin, Taiga, hat sich wiederum in Ryujis Freund Yusaku verguckt. Also tun sich beide zusammen und schmieden immer neue Pläne, wie sie ihren Schwarm näher kommen können. Da sie dabei selbst eine tiefe Beziehung zueinander aufbauen, scheint ihnen selbst gar nicht aufzufallen. Das Ende kennt wahrscheinlich jeder, der dieses Video nun schaut. Es kommt, wie es kommen musste. Ryuji und Taiga verlieben sich ineinander. Genau mit diesem Bekenntnis, Hochzeitsplänen und der plötzlichen Trennung der beiden, endet auch die Serie und lässt die Zuschauer respektive Zuschauerinnen mit vielen Fragen zurück. Zum Beispiel, wie gehen die beiden damit um und wie entwickelt sich die Beziehung zwischen ihnen? Genau aus diesem Grund ist wohl der Wunsch so groß, dass sich eine neue Staffel sich dieser Fragen annimmt. Doch wie steht es jetzt konkret um eine weitere Staffel? Nun, ein Blick in einschlägige Fanforen und auf Anime-Seiten zeigt eine unübersichtliche Masse an Gerüchten. Gegen eine Fortsetzung spricht aber, dass Delight Novel, welche die Grundlage für den Anime gebildet hat, auch auf dem gleichen Punkt geendet hat und es somit schlichtweg vom Autor gar keine Fortsetzung angedacht war. Fans berufen sich zwar auf den großen Erfolg, den die Serie bei seiner Ausstrahlung auf Netflix im Jahr 2020 hatte. Entsprechend könnte der Konzern sich für eine Fortführung einsetzen, doch dies würde bedeuten, dass der Autor die Geschichte fortsetzen müsste, ohne je darüber nachgedacht zu haben. Dann ließ der zuständige japanische Verlag, welcher Delight Novel herausbrachte, eine augenscheinliche Bombe platzen. Zum 15-jährigen Jubiläum wurde ein unkonkretes Projekt angekündigt. Kommt nun 15 Jahre nach der Erstausstrahlung also endlich die erhoffte zweite Staffel? Leider nein. Bei dem Projekt handelte es sich um eine Neuauflage der ursprünglichen Light Novel von Tora Dora und neues Merchandise, darunter Poster und T-Shirts. Später wurden noch neue Figuren des beliebten Characters Tiger im Tiger-Outfit sowie im Hochzeitskleid vorgestellt. Von einer offiziellen Ankündigung einer zweiten Staffel fehlt bis heute jede Schwur. Für die Fans heißt es wohl weiter, die Hoffnung stirbt zuletzt. Wer nun Lust bekommen hat, Tora Dora noch einmal zu schauen, findet diese aktuell bei Amazon Prime Video auf dem Amazon-Channel Aniverse. Link dazu in der Videobeschreibung. Ich hoffe, dieses Video hat euch gefallen. Wenn ja, würde ich mich über einen Daumen nach oben, Kommentar in den Kommentaren sowie ein Abo sehr freuen. Aktiviert auch die Glocke und stellt sie manuell für alle Benachrichtigungen ein, um kein Video mehr zu verpassen. Wir sehen bzw. hören uns demnächst wieder. Bis dahin, macht's nicht gut, macht's besser. Ciao. Wir sehen uns beim nächstenTOR sort. Wir sehen uns bei muchörtenschen. Wir sehen uns beim nächsten. Vielen Dank.